jo leute was geht ab werox am start hier auf dem paradise clan channel ich bin der werox leader vom paradise clan zusammen mit dem cloud und heute soll es ein kleines vorstellungsvideo von mir geben doch erstmal was im hintergrund seht ist ein nuklear gameplay in black ops 2 mit der sky es spielt ich glaube schnelles magazin und schafft perks standard schwitzer perks auf jeden fall auf hijack fleckjacket hat leider sich kein plünderer c4 müsste wahrscheinlich eh jeder so spielen und ja warum ich die mit schnellen magazin gespielt habe keine ahnung vielleicht war ich da noch nicht level fünf ach hatte ich die nicht so weit gelevelt aber egal das soll jetzt eine nebensache sein auf jeden fall seht ihr demnächst krassere gameplays von mir also was weiß ich 100 plus und unter fünf toden nuklears schnell nuklears vielleicht auch mal eine double nuklear falls ich es packe und ja ganz streaks halt seht ihr auch von mir also black ops 2 mw2 wollte ich auch bringen auf diesem channel und auf meinem channel aber mw2 ne das ist zurzeit etwas schwierig da was zu reißen ganze youtuber sniper und so das regt auf und mw3 kommt auch was also demnächst also ich hole mir das game noch und dann kommen auch ein paar more specialist gameplays und wie viel gameplays oder sowas auch live commentaries kommen von mir denke ich mal auf diesem channel ich habe jetzt auf meinem channel auch schon eine live serie aber die vernachlässig gerade irgendwie so weil keine ahnung und auf meinem channel seht ihr auch gfx also so gfx sachen editing sachen ocs one clip edit also heißt das übersetzt und speed arts auch weil ja ich mach banner die für ein paradise kann und die ganzen member habe ich auch selber gemacht das logo auch und ja nur das zu meinem channel und ja falls ihr den kleinen joinen wollte ich hab müsst ihr mal in der kanalbeschreibung gucken da habe ich so eine bewerbung so ein bewerbungsformular gemacht falls ihr den kleinen joinen wollt über google docs dann müsst ihr einfach nur ankreuzen ausfüllen und dann auf senden klicken dann bekomme ich eine e mail und ja dann kann ich das analysieren und gucken ob ihr frech genug seid um hier an den clan reinzukommen und ja auch habe ich also ich habe auch so einen clan roaster gemacht mit den ganzen member die jetzt schon drin sind sind zwar nur nicht viele aber ein anfang auf jeden fall hoffe ich dass von den membern auch noch ein vorstellungsvideo kommt und ja vom clan leader also cloud kommt sowieso noch eins fusion weiß ich noch nicht oder denke ich aber auch und ja es wäre auf jeden fall schön wenn die anderen auch noch ein video dazu machen würden außer wer sie sind sozusagen und was von denen hier kommt auf jeden fall ja wird das noch überarbeitet also mein formular ich meine ich hatte jetzt noch nicht alle sachen drin stehen zum beispiel keine ahnung in welchen klinik schon war das muss auch noch da rein glaube ich oder ob ihr ein headset habt aber ich meine jeder hat doch ein headset oder sei mir mal ehrlich also ich habe auch ein headset zwar kein teures sondern standard xbox headset naja wollte ich noch erwähnen ich bin da sozusagen der leader vom vom xbox team und ja der cloud halt vom ps3 team also wir wollten eigentlich den kleinen auf der ps4 starten haben ihn aber schon früher früher gestartet und ja jetzt bin ich halt der xbox leader und erhalte der ps3 leader heißt wenn ihr ps also auf der ps3 zockt und interesse am clan habt dann edit ruhig den cloud ich stell sein in die beschreibung und mein gamertag auch und ja sky twitter könnt ihr uns auch schreiben aber ja youtube auch also in einfach in die kommentare und ja das war es dann eigentlich schon soweit ich hoffe es hat euch gefallen haut rein und ja ich ich